Okay, wir schaffen das. Jetzt aber weg. Hast du unter mein Hand hochgeblitzt? So, ich flieg als erstes hier hin. Und das muss zu bemerkenswert sein. Oh, ich brauch das nicht. Da, ich mich immer zu lang mit den Polizisten. Da ist ja auf die Dinskel. Oh, da ist ein Heli irgendwo bei mir. Oh, da ist ein Heli irgendwo bei mir. Okay, und die nächsten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, was passiert hier? Oh, oh, oh. I'm up for more. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alright. Zwei viele nicht. Geben die hoffentlich auf. Oh, hier ist noch was. Was ist das? Komm schon, Julian. Ich schieße auf alles, was dich bewegt. Ich bin gerade abgeschirrt. Das ist nicht fest. Nein. Ach, nein. Alles gibt es doch nicht. Also ich habe mich jetzt gerade fast ausgeübt über ein normales Auto gekümmert. Und das kommt mir ja nicht gerade auf. Ja, ich habe unterwegs. Wenn ich von Pumpe bin, dann sind die normalen Autos gefordert. Warten auf hell yeah. Ist jetzt eigentlich gerade eine andere Route geflogen? Ja. Ja. Weil ich anders gestartet bin. Können wir das schaffen? Jo, wir schauen das. Nein. Nein. Ah. Ah. Okay. So. Wir sind nochmal gleich hier oben. Einen, den Heli? Wo ist er? Ich schaue ihn? Aber ich muss sie probieren. I'm still the best. Yeah, mayhem, baby! BOOM! 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 Russische Selida. Wunderbar ist ein Panzer. Da drüben fliegt Mühe und dann fliege ich nach rechts. Und Speed-Modus! Speed! Oh, oh! Heli, Heli, Heli! Den mach ich weg! Okay, dann mach mal. So ist das. Ich denke mir kommt noch einer. 20 Klaus noch! Wie viel noch? Jaaaaaa! Jawohl! Nice! War ja voll einfach. Drei Anläufer, natürlich. Vier? Drei, glaub ich. Ja, da gute Dicke sind! Drei! Jaa! 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 Du, 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 du. Was? Oh, ich kann wieder eine Geißer nehmen. Upgrades. Upgrades. Karten. Was haben wir denn hier noch? Wir sind hier und dann lass uns doch mal nach da gehen. Oh, ich bin nicht da. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht, hab ich gesagt. Hört mir doch mal zu. Riko, Hilfe! Nein. Du hast hier das eingebockt. Du löffelst es aus. Ich hab da nur eine Keißel genommen. Ja. Das ist auch nicht sicher. Das eine Keißel. Seh die Freude. Ich bin nicht in Bez, die immer stets. Deut. Nee, ich bin nicht in Bez. Genau, nicht die. Ich bin nicht in Bez. Das ist ein guter Penner, hm? Warte, Rico. Exekutieren. Wo ist er? Ah, da. Ach, scheiße, er ist schraubend. Oh, da lebt noch einer. Ah, ne ist Polizist. Eeeh. Oh. Eeeh, unruhe Herkollers. Woohoo. Gimmi. Lege Gesundheit. So. Was noch Upgrades? Oh, neue Upgrades. auf hab ich als polizei ne ich kaufe erst mal so was haben wir hier fahrzeuge was haben wir bei kampf der mini ist immer gut prinzipiell für alles oder ja sie schießen auf mich immer noch scheiße von denen ich muss sagen noch eine? so 2 stück die 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 unterbrochen. Was? Naja. Hier hinwoll ich. Sind sie da? Wir haben ein Ziel. Oh, einen Moment, ich bin sofort bei dir. Die Zielperson ist aufgetaucht. Vernichte sie. Los Julian. Da ist die Zielperson irgendwo auf dem Wesen. Ja, das ist Fragezeichen. Ich hab's niedergemetzelt. Ja. Nee, hast du noch nicht. Das ist nur einmal getroffen. Und nochmal. Stirb, Fragezeichen, stirb! Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da. Irgendwo. Da. Da hinten ist eine Katze, die ein Auto werfen kann. Ja. Ja. Was sind denn so ein Zielperson gerade? Nein. Irgendein Gegner aus der Dings. Wie viel der aushält. Ja. Ich glaub, der ist auch rund kaputt schon. Richtig. Was willst du denn hier? Naja, einfach weil wir die Dings fertig haben. Das ist wieder eine Sinn-Sache. Eine Sinn-Sache, die die Dings-Sache. So, was haben wir denn hier noch? Da haben wir noch was. Oh ja. Das mach ich mal schnell. Das tut mir leid, liebe Passanten, aber ich muss jetzt bis in meine Gesundheit wieder aufladen. Was ist das? Oh. Oh, leid doch mal nach, ey. Oh, Aua. Was machst du denn? Wo bist du denn? Auf den Dach. Hier, helf mir, neunze Sekunden, schnell. Ich bin wegen der Taste. Das ist ein Schuh. So. Lass den in Ruhe. Hey, von wo? Ich flieg mal schnell kurz wohin. Mal noch mal Karte. Äh. Tätowierung. Ich bin mir wahrscheinlich nicht da, will ich hin. Was? GPS mir das. Was? 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 A lady. Oh, ich weiß es. Ja, dann sind wir mal ein. Fuckin' coward! Was machst du gerade? Ich kaufe einen. Wo? Beim Waffen oder beim Klamottenladen? Oh ja, da muss ich auch noch hin. Oh, ich glaube wir müssen vorher noch ein bisschen... Ich hätte mir vielleicht nicht so viele... Äh, scheiße. Ja, was? Wir liegen ja tot hier drinnen. Drinnen? Das war so eine komische Katze. Äh, ich wollte eigentlich gerade sagen, ich glaube wir müssen vorher doch noch den einen oder anderen Job machen. Ich habe mir zu viele Abwärts gekauft. Kein Geld mehr. Oder nicht genug. Wenn er das Ding erbrot hat, dann könnte er... Was? Hi! hallo hallo, sieh da Moment Achso, ich rede nicht mit dir Green Root Heeeeh, ich bin 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 Karte, Karte, Karte. Karte, Karte. Okay, wenn sie sich das wünscht.